Musik Du solltest definitiv nicht auf die Stille Dann könntest du nicht überstehen Ich habe an seine Tiefen gedacht Du wirst nicht sehr glücklich aus. Okay, Daddy, sag uns, was wir jetzt machen. Jetzt funkeln gerade alle an mir rum und ich weiß nicht, wieso, aber ich mag das wirklich. Du stinkst. Ich stink, ja, ich weiß nicht, die stinken voll. Wer ist das Modell? Unser Modell. Und ich glaube, es sieht so normal aus. Sehr gut. Also, Blitze, müssen wir da mal gucken. Also wir wollten, dass Orjus nur im Vordergrund steht. Ja, klar. Und dass sie sich einfach so gegenseitig anschauen in ihr Kopf angesagt lassen. Also Angst, ängstlich oder verliebt. Da muss man sich etwas einfach besser ausschauen. Ja. Ja, wir können jetzt mal ein paar Omni-Auto schießen. Hast du nicht gesagt, dass sie kommen soll? Ja, ich habe nicht gesagt, dass sie kommen soll. Ich habe mir auch gesagt, wo wir sind. Hast du auch noch nichts? Ich bin ja nicht da drin. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja eh im Video, warum beschwerst du dich da eigentlich immer? Oh mein... So? Ich kann doch mal an, wie viel ihr seid. Ich habe mir so eine Ersche. Hallo! 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 Was natürlich auch sehr künstlerisch wäre, ein Simor mit einem Pflanzenkopf. So diese Synthese von Simor und seiner Pflanze, diese Abhängigkeit. Können wir das irgendwie Fotoschoppen? Ja! Willst du nochmal deine Mini-Pflanze überziehen und da so richtig verliebt anschauen? Wieso sag ich immer so oft und so? Das wäre was für das Plakat. Ja! Ja! Oh, das ist wirklich ganz gut. Ja, nehmen wir ein paar Blumen mit. Nehmen wir den ganzen Korb mit. Ja, genau. Schau, was ist mein Blumen drauf? Wir nehmen eher was Kürzes, oder? Keine Ahnung. Nimm mal das mal mit. Au, sorry. Ich stelle mir die Kacke in die Nase. Entschuldigung. Ok, ist doof. Du die Weihnachtsblumen da raus. Wo sind Meierls Blumen? Die sind voll weihnachtlich. Es sieht weihnachtlich aus. Meier, ich mag die manchmal gar nicht. So. Ja und ich. Doch, ja, super. Das sind jetzt aber bitte nicht die, die wir noch nicht in den Raum gefunden haben. So. So. Also dann. Wir wissen nicht wie wir die aufsetzen. Na ja, vermutlich so, dass das Ding nach innen zeigt. So. So hau ich es doch auch an. Und wenn ich das richtig verstanden mache, dann zieht man die Gewalt an. So. Wie er drückt. Also. Ja. So. 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 Ja, geh schon mal rein, geh schon mal rein. Jetzt, Marta, steck mal nur deinen Arm so rein. Da geht halt wie die Frau, die dann mal was warst, das kommt raus. So, das soll ich machen? Ja. Oh, das ist aber geil. Dann knet ihr euch mal auf und die Pflanze ist dann über euch. Versteht ihr? Lade doch mal das Foto an. Und da haben wir nur einen, wo die Mietsexte einplatzt. Ein bisschen näher und das ist gut, genau. Dann schaut man hier neutral in die Kamera her. Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen! Wir flachen! Untertitelung des ZDF ist übrigens ja어pr entreprises. Das war noch Mom? Ja. Vielen Dank.